Ja, dann wollen wir mal sehen, ne? Das ist, glaube ich, jetzt meine zweite oder dritte Runde. Mit Omen. Mal gucken, wie es läuft. Hoffen wir auf jeden Fall einen. Die Schatten bewegen sich. Der Träger ist tot. Ich habe den Spike. Die Zeit. Die Zeit. Letzter Leben der Verbündeter. One bullet. Nee. Die können doch nicht drüber. Trotzdem nicer Schuss. Auf die Sage. Dann bleiben wir dabei. Nope. Man kann durch auch mit der Classic auch auf Distance ein bisschen Raden verursachen. Die Schatten bewegen sich. Gegner bei A gesichtet. Gegner bei A gesichtet. Ich mach dich hier durch. Hallo? Ich mach dich hier durch. Schnapp dich hier. Das war dumm, ey. Der Gegner fürchtet dich, Rainer. Das kannst du nutzen. Können wir jetzt wenigstens voll kaufen. Lade nach. Lade nach. Ja. Ja. Oh, lieblich! Erleb' nicht! Gegner, bleib' angesichtet! Nein! Sofort-Zombie! Ein Gegner übrig! Ah, ich glaub' der wird saven... Der ist da oben drin... Warte los! Ha! Sollen sie doch verrotten! Ach, diese Narren haben gerade ihren Vorteil verspielt... Da! Da! Aus dem Weg! Aus dem Weg! Ladung raus! Viper mit! Zählt das Wort? Zählt das Wort? Gegner bei B gewichtet! Passieren! Retom! Der kommt unterwegs! Gegner bei B gewichtet! Das war's! Ein Gegner übrig! Vorerst! Nochmal! Verletzt sie nochmal! Nochmal! Hey, ohne Witz oben macht so ultra viel Spaß, Alter! Ohne Scheiße! Der ist richtig geil! Kommt zwar leider manchmal noch durcheinander mit Smokes und dem... äh... mit dem Teleport hier... Aber ist ja nicht schlimm! Oder will er noch lenken? Erwischt! Tot! Und... Das ist los! Geschützt zum Steht! Weitplatziert! Weitplatziert! Sieht! 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 Ein Gegner übrig! Das ist los! Da! Kann der jetzt von da? Da! Nein! Da! Dammit! Ich wollte noch einen Smoke schmeißen, aber dann wäre ich halt komplett offen gewesen! Ah! Ah! Aha! Ah! Ah! Sie glauben, Schmerz zu kennen. Sie haben überhaupt keine Ahnung. Jetzt haben wir mal Orten. Können wir Orten machen? Die Frage ist, da oben drauf und dann Orten oder von hier aus Orten? Nein. Peter, das meine ich nämlich. Spike in B. Nehme ihnen die Sicht. Nehme ihnen die Sicht. Die Schattenbewegung ist nicht. Hey, eigentlich wollte ich die da oben drauf werfen. Komm ich da oben drauf? Nee, ich bin nicht. Ihr werdet meine Verbündeten nicht töten! Na, Schluss jetzt. Ein Gegner übrig. Letzter Leben der Verbündeten. Na, hier ist eine Marsche von der Weiten. Kauft mir das. Danke. Was wir machen können? Was wir machen können? Aus dem Weg! Die Schatten bewegen sich. Ladung auf. Aus. Mit. Ein Gegner übrig. Wir sind mit. Ich hab' einen Mordspaß! Okay, dann lass uns jetzt mal richtig Fett, also mein Plan in meinem Kopf Richtig Fettstress auf A machen Ich teleportiere mich dann zu B und plante Sie werden sich folgen Dunkelheit Blindenhahn Letzterlebender Verbündeter Spike in Arm Alter, ich hätt mich doch porten sollen Vorher schon Ja, okay Meine Teleportmethode Ich glaub, ich brauch erstmal Noch ein bisschen mehr Übung Mit oben dafür Mit Schnapp sie dir Nein Mein ist 120 Fuck Scopen war in dem Moment schon wieder so Richtig Blödsinn Deckung unterwegs Ladung raus Später aus Gegner bei Wege sichtet Die Schatten befindet sich Platziere Geht schon weg Das ist nicht Nichts Countdown läuft Letzterlebender Verbündeter Ach, Türmchen kaputt Ah Platziere Nanoschwarm Immer schön T-Bänge Nanoschwarm raus Noch 30 Sekunden Naja, für Rotieren ist zu spät Jetzt muss er irgendwas machen Nanoschwarm raus Kein Entkommen Noch 10 Sekunden Ja, jetzt kann er schon saven Dort gibt es nicht ein Leben Das sich zu retten lohnt Du Der Woll Ich weiß es Mal am Stratzt 9 Ich weiß es Nein Ich weiß es Nein 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 Ah, Pushing mit. Mann. Schade. Schade in B. Uu, Puu. Nach dem. Links. Ein Gegner übrig. Noch 30 Sekunden. Also wenn deren Jet clever ist, macht sie auch irgendeine... Letzte Runde in dieser Hälfte. Gebt alles aus. Wir behalten nichts. Was brauchst du? Okay, ich warte, bis die Stress gemacht haben. Kommt mir das, jemand? Danke. Genau, ich warte, bis die Stress gemacht haben. Guck, ob jemand von hier aus pusht. Dann tp ich mich in deren Spawn. Okay. Schade. war eventuell eine dumme idee kitchen trash alter die ersten runden liefen so gut mit oben und jetzt schwieg ich wie so ein vollidiot noch 30 sekunden seitenwechsel also hier würde ich sagen beziehungsweise eigentlich so doch auf geht's geschützt um steht ich habe keinen einzigen leben der verbündeter Meine Bölde endet niemals. Das wird ein Mordspaß. Die Schatten bewegen sich. Die Schatten bewegen sich. Die Schatten bewegen sich. Keine Ladung. Was? Letzter Leben der Verbündeter. Ein Gegner übrig. Wer kommt unterwegs? Keine Ladung. Bitte, 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 bitte. Halt, 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 halt. Sparsam! Easy! Ich brauche nichts, um zu siegen. Bitte, alle eure Beobachtungen festhalten. Dann wiederholen wir das hier. Oh, Play of a lifetime, alter, ey. Yo, Killjoy, komm hier. Mit. Ich mach's schon. Okay, warte mal, wenn sie da rumpusht, dann ist da auf jeden Fall keiner. Ja. Nein! Du hast schon. Ein Gegner übrig. Ich schliefe. Letzter Leben der Verbündeter. Hm. Spike platziert. Platziere nach. Geschützt und zerstört. Platziere Nanoschwarm. Ja, sehr schön. Die ist eh links. Schade. Ich habe die vollständige Vernichtung überlebt. Ich spare nach. Sie werde ich auch überleben. Aber die Power an Höhe kann ich mir auf jeden Fall gönnen. Hm. Scheiße, die hat ein bisschen weiter nach links gekonnt. Da. Viele Gegner. Aus dem Weg. Sofa mit. Leidig. Spike platziert. Letzter Leben der Verbündeter. Short. Ehre geht. Makellos. Mein Zeug hat noch nicht fehlgezündet. Können wir das feiern? Scheiße, Alter. Da. In dem Moment, wo wir beide nach vorne gepusht sind. Und das erste Messer geflogen kam. Dachte ich mir schon so. Uff. Das wird belastend. Was? Wo kann ich meine Smoke denn am besten machen, damit die den größten Radius hat? Die Schatten bewegen sich. Geschützturm steht. Da. Ehe. Nein. Jetzt geht die Karte ab. Mann, die Idee war doch zu gut. Hast mich nie gesehen. Letzter lebender Verbündeter Spike platziert Schade, Mann. Das hat man, glaube ich, gehört, dass der da rechts ist. Keiner hat mehr Feuerkraft. Ich packe das. 10, 7. Wir könnten im Prinzip noch mal eine Echo machen. Aber die kaufen alle. Das nehme ich dann mal als... Nein, keine Echo. Ja, jetzt kann ich da plötzlich hoch, ne? Ist klar, ey. Der Jet ist in front of me. Da wäre, glaube ich, der Heal besser gewesen. Ihr werdet meine Verbündeten nicht töten. Hast du was gesagt? Sorry, meine Ohren klingeln. Okay, wir machen das jetzt mal anders. Die bauen andauernd für A auf. Aber bei diesem Buch kann ich mir, glaube ich, sparen. Bob. Da. Gegner bei A gezichtet. Denkung unterwegs. Platziere Nanoschwarm. Platziere Turm. Da. Und tschüss. Spike platziert. Lasse hier. Hm. Da, 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 da. Da, 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 da. Nein! Sage Green. Fuck, ja. Die. Ah. Ah. Match Punkt. ich sag's nicht gern aber wir spielen besser als team oder wie lautet der plan gewinnen so lautet es beginnt nein ich hätte untergehen sollen letzter leben der verbündete spike platziert geschützturm steht geschützturm zerstört willkommen in meiner welt links runter jumpen angreifer gewinnen schade monne egal war trotzdem eine gute runde eigentlich 28 11 167 not bad naja kann man nix machen